Ja hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil, zum zweiten Teil vom Chapter 4 bezüglich Daily Sketch. Ich wollte mit euch die Bilder anschauen und dann noch auf die Hologramme eingehen. Die Hologramme sind bei mir vor 15 Jahren entstanden. Ich habe eine Lösung gesucht, wie ich sie als original ausdrücken könnte. Wenn man eine digitale Kopie macht, dann ist das genau die exakt gleiche Datei. Das heisst, ich kann nicht die digitale Datei allein verkaufen, sondern ich muss es verknüpfen mit einem Bild, das ich dann verkaufe. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja ein Hologramm machen, das ich dann auf das Hanemühlepapier, oder auf den D-Bond oder was auch immer drücke. Auf Glas möchte ich übrigens noch probieren. Bei einem Herr Felix in Luzern muss ich dann mal anrufen. Es gibt ja auch Glasdruck und das ist relativ kratzerunempfindlich im Vergleich zu D-Bond. Und was auch etwas vorgekommt, ist Hanemühlepapier. Das ist auf Hanemühlepapier gedrückt. Und da braucht es halt ein Autogramm und meiner Meinung nach auch noch ein Hologramm. Und ich bin dann auf die Suche und habe in Österreich einen gefunden, der das personalisiert macht. Und sogar mit Werknummern, das heisst, die haben eine Nummerierung bis 1000 Stück. Und kann jetzt jedem Kunden, der ein Bild kauft, so einen Kleber drauf tun mit einer Werknummer. Und diese Werknummer ist auch bei mir dann abgelegt. Also bei den kleinen hier nicht. Bei diesen 100er Serie hier, weil das wäre das grosse Aufwand. Aber bei den grösseren Bildern habe ich immer den Namen und die Werknummer und den Werknamen. Und dann kann ich das verknüpfen, falls ich mal eine Ausstellung mache, dass ich weiss, wo die Bilder sind. Und das sieht dann so aus. Oben das Logo und unten die Nummer. Ja, und dann noch zu den Bildern. Da habe ich noch zwei, drei vorgenommen. Also, was ich Ihnen sagen muss, ist, das ist für mich ein total Neulang gewesen. Also, ich habe eine Gewöhnung eigentlich an mir Playstift vormalen, dann mit einem Radiergummi arbeiten, wenn ich die Linie nochmal neu zeichnen will. Und jetzt bin ich zu einem Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, ich muss das lernen. Dass ich Freestyle-mässig auch etwas Komplexeres malen kann, als nur ein Strichmännchen, blöd gesagt. Und man muss ja dann wie vorüberlegen. Also, ich kann es jetzt anhand von diesem Beispiel zeigen. Hier gibt es ja die Hände, wo die Blätter sind. Das geht vorne durch, hinten durch. Sehr kompliziert. Und da darf man quasi keinen falschen Strich machen. Man muss wissen, wo die Pausen sind, wo man den Stift wieder ansetzen muss, damit kein Fehler passiert. Und jetzt bei diesen bald 100 Stück sind wir zweimal am Pferde passiert. Weil, man muss wirklich immer vordenken, wenn man zeichnet. Was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, wo muss ich aufpassen, wo muss ich freilassen. Also, ja, und durch das bin ich dann schon in einer Challenge gewesen in dem Sinne. Also, es hat mich recht herausgefordert. Und dann halt auch noch schwarz-weiss zu arbeiten. Weil, ich bin mich eigentlich gewohnt, schattieren. Und hier noch das Licht-Elementchen. Und hier noch mehr Schatten. Und jetzt so auf das reduzierte, auf den Stift, oder auf die zwei, drei Stifte, die ich da meistens gebraucht habe. Also, eigentlich habe ich immer noch drei gebraucht. Das war schon eine Herausforderung. Und dann war Big Air. Mega cool gewesen. Wir hatten da einen Slot gehabt, 30 Jahre Bündner Rap. Und ich bin ja schon ewig nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und jetzt gerade zweimal nacheinander am Churfest. 30 Jahre Bündner Rap. Und jetzt am Big Air nochmal 30 Jahre Bündner Rap. Und dann habe ich ein kleines Selbstporträt gemacht. wo es aufwärts regnet. Und ich bin so nervös gewesen. Ja. Und es hat geregnet. Aber jetzt leider. Aber die Leute waren trotzdem. Es war genial. Also, es war wirklich... Die Stimmung war top gewesen. Und auch herzlichen Dank nochmal an Gima. Es war genial, wirklich. Und dort habe ich auch noch das ganze Marketing Visuell machen. Der visuelle Auftritt von dem ganzen 30 Jahre Bündner Rap. Also, ich konnte T-Shirts machen. Ich konnte das Logo machen. Und auch Videoanimation. Also, ich könnte ja mal eigentlich schnell einblenden. Ja, und das Video ist dann im Hintergrund eine Stunde lang gelaufen. Das habe ich dann gelobt. Damit wir es eine Stunde lang laufen lassen konnten. Und... Hat dann so ein bisschen den visuellen Background gegeben. Ja, und dann... Was grundsätzlich so eine Schwierigkeit gewesen ist eigentlich... In dieser Challenge auch... Ist nicht nur das Zeichnerische gewesen, dass ich... Freestyle, sondern auch die Idee. Also, in jedem Tag muss ich eine Idee haben. Ja, zum Teil habe ich vom Sohn einen Input bekommen. Oder von der Frau. Oder zum Teil war es dann auch eine weiter gespunnene Idee von ihnen, die sie hatten. Dass sie mir überlegt haben, ah, nein, nicht so. Aber ja, ich könnte ja so. Das ist so ein bisschen immer wieder neu gewesen. Und zum Teil ist es mir auch angekumpelt. Also, zum Beispiel das hier. Das war so ein nebliger Morgen gewesen. Mit Regen und düster. Und dann bin ich zum Früchtekorb... Also, am Früchtekorb vorbei gelaufen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müssen ja die... Die Früchte auch alle, glaube ich, depressiv sein. So, wie das heute aussieht auf dieser Welt. Und... Ja, dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja depressive Früchte machen. Und dann... Graffiti... Ah, nein. Ich könnte ja gerade auch die hier zeigen. Weil das... Ähm... Wo ich dann... Die depressive Früchte zeichnen hatte... Und dann habe ich... Eben 15 Tage später gedacht... Eigentlich müsste ich ja jetzt... Fröhliches Gemüse machen. Und dann habe ich das aber ein bisschen plump gefunden. Und dann habe ich aber gefunden... Ja, Rüebel, die sehen eigentlich noch lustig aus. Vor allem, wenn man sie frisch kauft. Und dann ist mir die Idee so... Happy Carrots. Und das mache ich gerne, so die Charakterfiguren... So rauszukützeln, aus den Elementen so... Und das... Das liegt mir auch, glaube ich, ein bisschen... Ja, und eben Graffiti ist auch immer wieder ein Thema gewesen. Das ist immer wieder aufgefunkt, weil von dort komme ich ja. Also... Das sind meine Wurzeln. Und... Das ist jetzt ein Hairstyle da. Ja, und dann auch weniger lustige Sachen, wie... Dort an dem Tag, wo... Genau, die Medien sind auch immer wieder mal ein Thema gewesen, dass ich... keine Idee hatte. Und dann bin ich quasi in die Zeitung schauen und... Ich habe etwas auf... Irgendetwas aufgeschnappt oder so... Und... Und... Aber ein Thema war da, wo... Ja, wo... Ja, wo... Die Hamas nachher... Den Angriff gemacht haben und nach Israel gesagt haben, sie wollen da angreifen. Im Streifen. Und... Ich habe gefunden... Ja, nein... Wofür das alles hin? Die... Die Menschheit ist eigentlich schon bescheuert. Und dann habe ich... Ähm... Friedenstauben... gemacht... Und sogar die Evidaba geschlachtet. Ja... Traurig eigentlich. Aber ähm... Diplomatie ist, glaube ich, am Ende oder... Ich weiss es auch nicht. Wenn ihr alle anschauen wollt... Könnt ihr... Hier unten... Auf meinen Instagram Link klicken. Dort findet ihr... Jetzt habe ich sie ja bald geschafft. Sind dann bald alle fertig. Und... Und... Ah ja... Und wenn ihr eine kaufen wollt... Könnt ihr das gerne machen. Eine kostet 30 Franken. Es sind jetzt 14 verkauft. Und... Und... Also 30 Franken. Und 2 Franken. Porto. Und... Ihr könnt es bei mir bei Instagram... Anschreiben. Und dann... Dann schaue ich, dass ihr die bekommen. Und mit der Adresse... Dann müsst ihr natürlich auch noch dazu... Schreiben. Und... Und... Ja... Freut mich, wenn ich die einen oder anderen noch loswerde. Dann... Sind jetzt glaube ich 14. Ich habe jetzt... Aber die haben es ja eigentlich auch nicht gemacht wegen dem Verkauf. Ich habe es... Der Grundgedanke war die Challenge gewesen. Für mich selber. Und es hat auch richtig Spass gemacht. Zwischendurch. Es war auch etwas wirklich mühsam gewesen. Dass ich... Weil ich dann dachte... Ah, jetzt muss ich wieder. Jetzt habe ich mir diesen Bock aufgebrummt. Aber im grossen Ganzen war es schon okay gewesen. Und... Ja... Dann... Wäre es das glaube ich eigentlich. Dann wünsche ich euch gute Zeit. Schöne Weihnachten. Falls ihr kein Video mehr machen, wünsche ich euch wirklich schöne Weihnachtszeit. Und... Ja... Bis zum nächsten Video. Danke fürs Liken. Abonnieren. Und was auch immer. Kommentieren. Ja... Ja... Macht's gut. Bye-bye. Beide. Ja. Ma shit. Das warsort... Vielen Dank.